Emily und Sascha sind ja jetzt frisch verliebt und in einer Beziehung und Paul kommt zurück und möchte auch Emily zurück und missversteht eine Situation und küsst Emily einfach und das sieht Sascha und dementsprechend ist es gerade etwas schwierig. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Wieso? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich habe euch gesehen. Ich habe gesehen, wie du ihn geküsst hast. Das sind andere Stimmungen und Emotionen, die man dann spielen kann. Warum? Warum hast du das getan? Ich glaube, jetzt die nächste Zeit ist sowieso für Emily erstmal sehr, sehr aufwühlend. Sie muss auch einfach hinterfragen, inwieweit die Gefühle für Sascha vielleicht stark genug sind, um auch so einen Verrat zu überstehen. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken!